hallo leute da sind wir bei mario paper mario komm wir gehen wir was wir sind noch mal ein friedlicher mario hallo ich hab sprung machen wir ganz normal sprung verkackt aber wir machen powerpanzer massaker steht noch nicht auf als er denkt so oh ja ich habe eine sonnenbrille aber bringt ihn aber nichts das war nicht so geplant ok machen wir die was war mit mir los keine ahnung das ist jetzt ein bisschen doof seit ich ein paar blumenpunkte gebrauchen können ich gucke mal ob ich ein bisschen was abloggen kann das war schon mal schlecht ok super ja das ist ok hier irgendwie ich hab ja auch einiges 2 punkte schaden gegen alle gegner und legt schadentiere flach komm wir probieren das einfach mal machen wir einfach mal wir haben einen powerblock warum nicht boom sehr schön einfach mal würde ich einfach mal machen einfach mal gucken wie es so ist zack tschüss guber nein ich hab verkackt action kommando aber jetzt na ok na gut oh level up ich glaube wir nehmen das erstmal damit wir einfach mehr aktion machen können das wird uns sehr hilfreich sein wenn wir das mal für uns vom belange nie das sind so röhre die können wir wahrscheinlich nicht so rein oder nein hier hätten wir uns wieder aufgefüllt das ist auch super naja oder sind wir schon anscheinend bei der cooper festung das ist überhaupt wenn wir das mal speichern alles klar ok es gibt nur den eingang anscheinend wow ja ok wenn er einfach meint ja haben die nicht mit gerechnet dass wir jetzt hier schon warten hat er jetzt auch nicht die Tür zugemacht oder was ne hat er sich nicht wieder also nö da lohnt nicht sieht schon mal sehr cool aus hier zum Beispiel einen Kampf den werde ich rausschneiden verdammt jaho da bin ich nochmal ähm wir haben einen neuen Gegner deswegen habe ich den Kampf doch nicht rausgeschnitten ist ja wohl dann äh sinnvoller weil ich will den ja eben scannen das ist mir ja doch schon wichtig ach ok machen wir erstmal ihn hier zack scanner bonbon was sagt er denn das ist ein bonbon bonbon sind sehr temperamentvoll wenn sie anders werden sie mich nicht sauer max copy 3 ok 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 wir müssen schauen dass wir nicht auf die drauf springen weil sie sonst echt pissig werden ok ja mit dem action kommando bin ich noch nicht ganz so zufrieden ok aber wir haben hier nen Scan das ist ganz gut strategie mitglied wechseln Cooper ach verdammt ach verdammt ach mach du erstmal Panzerstoß sch pass ok mit dem Hammer boohm gut also ametwegen haben wir jetzt auch noch drin und jetzt ach den muss man sogar töten ok ich erwartet ne na gut ja was sollen wir sonst tun, wir können ja nix machen baums jo leute die waren aber hier ganz schön fleißig das ist ja was ne die kann man da oben auch irgendwie hin das wird schon konzern was will der jetzt hier ich muss bewachen oder was da bin ich schon shit, denkt er sich so, was soll das denn verdammt yo Herzangriff Herzangriff, Herzangriff hat er mich umgehauen wir nehmen mal ein Item achso, das geht so gar nicht nein so wahrscheinlich nein so wahrscheinlich nein so wahrscheinlich ja Pils okay, ich hab aber gar keine mehr ich hätte mir mal welche kaufen sollen ich hab doch 90 Münzen hä, wäre sinnvoll gewesen krasser Orden das hat er wohl nicht gedacht Leute, mein Leben ich hab hier viel Leben die geben mir günstig das ist ein Power-Doubts-On trifft sein Gegner so oft das Action-Kommando stimmt achso äh, ja, den können wir nochmal anlegen dann vielleicht noch weg und, äh, dann, äh, lassen wir den auch noch drinnen ok, ganz cool bestimmt testen wir einfach mal dann äh Aho, Leute noch vier Lebenspunkte ach, komm, jetzt ist das bestimmt auch genauso wie... na, ist nicht nicht gut kann ich mich irgendwo heilen glaub ich geh nochmal raus also ich mach kurz nen Schnitt und geh aus der, äh, Burg raus das ist glaub ich der sinnvollste und dann sehen wir uns hier gleich wieder jo, da bin ich wieder, Leute ich wusste gar nicht, dass alle Gegner wiederkommen, wenn man... da wollen wir natürlich jetzt nicht gegen kämpfen da wollen wir jetzt noch mal weiter das wusste ich gar nicht, dann kann man ja in dem Sinne sich level grinden hm, vielleicht mach ich das mal... ja, komm, dann lassen wir den jetzt auch erstmal in Ruhe und gucken, dass wir noch ein bisschen umlaufen, damit wir den noch ein bisschen vertanen ok, das war... war schon mal nix oder muss ich den umklatschen, wahrscheinlich, damit ich dann... komm du KI ja ähm, dann werden wir mal den hier unten weghauen und dann schauen, ob der einen Schlüssel droppt ja, oh Leute guckt euch das an na, hab ich mich doch, äh, richtig hier... richtige Vermutung gehabt ok, mein... controller spack grad richtig ab so, das geht nach unten, hm ja alles klar gucken wir noch kurz was da ist und dann ist hier vorher auch schon wieder Ende das geht hier immer hukizuki was haben wir denn hier was haben wir denn hier das ist aber nicht nett what the fuck, ok ok, Massaker merk ich schon hallo Leute ein bisschen kurz, äh verschlafen aber wir sind jetzt hier wieder in den Raum fertig das waren einfach nur drei Coopers irgendwas, wir gucken eben noch in den Raum oh Gott wer ist das denn man? bäh ob noch leben ok, das war, das war gut ach, man musste hier sogar rein, ok dann werden wir jetzt an der Stelle Schluss machen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder bei Paper Mario und dann werden wir weiter die Koopa Festung erkunden und ich hoffe mal, dass ich nicht drauf gehe weil es ist gerade ganz schön knapp also bis dann jao, geht doch noch weiter ich habe ja so viel geschnitten dass ich anscheinend doch noch um die fünf Minuten hab hab ich mir gedacht, äh mach mal eben, ne hab ich mir so gedacht, mach mal eben eben nie, ich meine, ich hab mir jetzt einen Stoppo aufgestellt ich werde einfach mal ähm stoppen, wenn ich äh in einem Kampf bin, ich glaube das ist ganz sinnvoll also kann ich jetzt hier achso, ja, da war ach, da waren wir noch gar nicht irgendwie irgendwo heilen was ist das denn? haben die Bom-Boms hier? ok nicht interessant kann ich nicht mit euch reden? ne alles klar, geht nicht super schön, dann äh werde ich wieder gehen äh gut, ja ich hatte ja viel geschnitten schon die Folge eigentlich ich guck mal, dass ich noch ein Kämpchen rein tue ich werde das mal schauen, dass ich das doch ähm die waren ja recht einfach nur am Anfang des Videos das ist doch schon ein bisschen doof funktioniert ja, das ist ja geil ok ok, was hat er? er hat irgendeine Falle gebaut, ist ja klar das ist perfekt oh ja, ich bin da hier ist Gianni ah wo ist er? oh Gott, ey, so viel Wege ja, da kannst du irgendetwas weg springen, ey da drehst du ja durch oh das ist schön wenn du jetzt sterben dann äh haben wir jedenfalls äh, keinen weiten Weg wir haben nur noch vier Lebenspunkte hab ich noch irgendwas zu futtern? äh, Trockenpilz oh boah, ein Kp mehr also wir wollen zwar nicht beschweren, würde ich mal sagen besser als nix ich will mal ein bisschen besser ans Mikro gehen noch so ah, guck ich mal eben wegen meiner Aufnahme ob das jetzt so ja doch, das ist okay leider krieg ich das Rauschen immer noch nicht so in den Griff aber hm, das klappt ja eigentlich und okay was haben wir hier? bevor wir da diese Falle anscheinend auslösen oder was das immer auch ist kriegen wir erstmal eine vom Gegner das ist mal super ok, ich, äh, werde so verlieren das sind wir jetzt einfach einen Grund äh was mach ich jetzt? ich glaube ich hab zu wenig Leben als das zu überstehen gucken ob ich die töten kann dann, dann hab ich gleich nur ne Chance ok, ich hab gerade mein eigenes Todesurteil unterschrieben ähm, na gucken wir einfach mal was hier ist passiert oh Gott ich kann das nämlich irgendwie nicht blocken das war es, ich bin tot wir haben ja abgespeichert Game over kriegen wir das auch mal zu Gesicht ok, hier landet man wieder ja Spielzeit zwei Stunden, ne wir haben noch keinen Stern, ne das ist ja wir werden jetzt einfach da oben den Schalter drücken vielleicht ist da auch was lebensmäßiges drin weil sonst muss ich den ganzen Weg hier nochmal raus weil ich bin ja so doof und hab mir keine Pilze gekauft weil ich hab ja gedacht ok, du brauchst keine Pilze hat sich leider zu einem Irrtum ähm herausgestellt aber was soll man machen hinterher ist man immer schlauer das ist ja immer so na, wer hat das gedacht, ne wahrscheinlich fahren wir jetzt ein das Gefängnis das würde vom von der Architektur her passen ja, da bist du froh, was naja, klar bin ich drauf eingefallen, ne völlig unerwartet Alter, da kann ich mich heilen perfekt ja, wir sind hier hallo, hallo was macht ihr Bomben denn hier ja, klar bin ich mal da sieht man meinen Schnauzer ja, jetzt sind wir zusammen im Knast, ne Bombette ein Bom-Bom, schön, ja Hallo Posizielle Gefahr zuerst für die diese schlappischen Koopa okay okay, boah das sind aber nicht nett von den Koopas haben die einfach tyrannisiert einfach explodiert warum nicht, äh hallo Akbar richtig Pumpenmattentäter ja ja bestimmt, da hätten wir uns ein Loch also ein Riss ja oh, wie schön okay okay ach so, neuer Teampartner zurück, um Bombe auf einen exklusiven Spaziergang zu schicken sie kann manche Wände und Felsen sprengen oder Schalterzeitversorgung aktivieren Gegnernbogen Body-Slam angreifen oder mit Bombe gehörig Spekt einflüssen ja geil jawoll, machen wir was willst du mir denn noch sagen naja, wir werden uns aber erstmal heilen ach, danke Gott mit euch rede ich jetzt mal nicht ja, es wird nichts bei rum kommen jawoll, wir sind frei ja oh, ein Fluchtweg ein bisschen blöd, ja jetzt haben wir welche Folgen dir helfen, wo ich nur kann rufen ja jaw wir sind frei schön, passt auch ein guter Punkt, um die Folge dann doch jetzt mal zu wenden ein bisschen länger gegangen als ich gedacht habe aber ist ja nicht ganz so schlimm und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder und dann machen wir bei der Kuba-Festung weiter also bis dann wir sind der Kuba-Festung und dann wir sind dann wir sind